Ja, wenn man das frühere, vom ersten Morgen, das fünfte Morgen, das so nach oben, wo Sie noch, der hat, diese Rechte, die nach den Sechsteller zuerst mal in den Bildung zu sehen, das fünfte Morgen, das früher einsteht, das jetzt eine reine, die uns dann bekommen, das eine reine, die uns dann bekommen, das eine reine, die uns dann zu sehen. Das aber nun, der ist, der ja, der vierte Morgen, der auch seit zwei Jahren, in der Mitte drei Jahren, die man da hat, das Wohlstand für seine Hilfsleiterin, in der Mitte drei Jahren, das sind ganz normale Plätze, wo die Lebewesen immer noch eins am anderen, die Stimmen und die Plätze werden immer schon vorgegeben, die man da hat, das ist eine Rechte, 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 die man da hat, das ist eine Rechte. Damit ich das Bühnenhaus sitze, war ja früher nicht der Grund, das war früher anders. Und jetzt geht es gerade hinter, damit haben wir Rechts- und Texte-Seitenbühne. Und dadurch sprechen wir von einer Kreuzbühne. Anders, ja, Beweglichkeiten gibt es 20, da kenne ich nur drei wirklich. So beim Meistersingern, ja, vorne die Schusterstube und die rutscht raus, aber für die Festwiese, da sind schon alle dahinter und werden alle vorgeschoben. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man da auch bühne.